So, was haben wir denn? Was ist das? Ah, daneben. Verdämmt. Verdämmt, verdämmt. Kartoffel. Mal nichts. Ich bin keine Kartoffel. Ne, du bist einfach Kartoffel, die Kartoffel. Was hast du? Ah, ich habe mich verdrückt. Ich glaube, wenn es so weitergeht, ich wünsche mir der Session-Kraft mit dem Haus hier fertig. Okay, dafür ist in der nächsten Session halt die Powerhäuser schon fertig, ja. Muss mal gucken, wie lange wir was machen, also wir haben ja Zeit. Ja, hat trotzdem nicht. Zwischendrin eine 5 Minuten Pause zwischen den zwei Spielen. Ja, ich brauche vielleicht einen Tick länger, wenn wir auf Toilette gehen zum Beispiel. Ja, gut, du kannst aber nicht laufen. Also nicht so schnell laufen. Ja. Das ist ja was anderes, ne? Noch, noch. Ich denke auch nicht, dass du dann am Montag auf einmal wie so ein Zauberer auf einmal doch laufen kannst. Vielleicht kannst du zumindest wieder stehen. Kannst du dann auch jetzt schon? Kannst du dann auch jetzt schon. Ja, ich meine belasten kann schon wieder. Kannst du auch dann jetzt schon, wenn du es am Montag schon kannst? Ja, theoretisch schon, aber ich will es halt noch nicht. Nicht, dass irgendwie doch am Schluss was ist. Wow. Ja, wäre doof. Acht Wochen jetzt gewartet und dann, nur weil ich einen Tag das zu früh gemacht habe, dann... Ihr werdet nie mal, zu viel. Euer Eisgeister, lasst mich mal in Ruhe. Eisgeister, die macht man mit einem Schlag kaputt mittlerweile, wenn du nur bist. Wir sind Level 7. Oder bist du Level 8 schon? Ich bin Level 8. Aber ich bin auch Heiler. Ah, nur weil du Heiler bist, bist du jetzt ein Level höher. Nö, deswegen mache ich weniger Schaden. Stimmt. Ne, so ein bisschen mehr nicht. Ach ne, wir fehlen genau 3, 4. Ne, ein bisschen mehr. Also wie viel war das nochmal? 8, ne? 8 für 1. Wie viele brauchst du denn insgesamt, so circa? Hm, Moment, ich guck mal, ob ich selber noch welche habe. Ich hab gar keine mehr. Äh, Moment, guck ich mal kurz. Ich muss kurz noch paar... Ach, ich nehm mal einfach so viel wie es geht. Und dann baue ich die irgendwo auf und dann kannst du die da abreißen. Oh ja. Dann hast du sie auch. So kann man sich nämlich... So kann man nämlich handeln. Aber es ist halt aufwendiger, wobei so... So Zäune... Ja, es wird auf jeden Fall ziemlich breit. Ich brauche zweimal die Eckpfähle. Und dann hier 1, 2, 3. Plus glaube ich 15. Und dann nochmal 3. 18. Plus 3. 21 ungefähr. Ach. Ist ja nichts, ne? Ne, ne. Ich mach so viel wie ich kann. Dann komme ich wieder und dann gehe ich blaufahren. Verstehst? Mhm. So, passt. Oh, ich hab doch gerade irgendwas seltenes gefunden. Eine goldene Seele. Eine goldene Seele. Was ist denn eine goldene Seele? Hilfe. So. Ach ja, ich wollte noch was anderes bauen. Vom Gärtnerteil, damit man Pflanzen machen kann. Das machen wir auch noch, ne? Ja. Der mich gleich für. So. Oh nein. Runtergebracht. Gott, Mann. Er schränkt sich am Zuhörern runterfällt. Das passiert schon nichts Schlimmes. Das weiß ich auch. Wie ist noch eine goldene Seele? Ah, nein. Wiederfahrt, Mann. Ich vertue mich so oft, das ist Hammer. Immer diese goldenen Seelen hier, ne? Goldene Seele. In Not. Gut. Und wenn man diese Bienen verfolgt mit ihrem Popostrahl. Popostrahl? Ja, die beschießt mich aus der Ferne. Er muss so zurückschießen. Ja, tue ich ja. So. Und dann sind wir aktuell bei... Wir sind aktuell bei... Gute Frage. Ja. Wirklich so viel, dass wir wahnsinnig sind. Hm. Und den Kristalln. Ja. Und trotzdem mehr. Ist mir klar, ich wollte nur gucken, wie weit ich bin. Ich weiß es nicht. Ah, hier sind noch blau. Cool. Blau, blau, blühten Sie. Ach, die Außenbauer, verdammt. Wolltest du mal eine schöne Außenmauer, oder was meinst du? Nein. Ich beobachte dich jetzt. Das ist Außenmauer, aber das merke ich gerade. Die du andersfarbig gemacht hast. Ja, das ist ganz leicht, ne? Merkt man ganz leicht, dass die andersfarbig ist. Ja, ich hab die eigentlich wie die Innenwände gemacht halt. Weißt du, dass du grad von mir beobachtet wirst, obwohl ich nicht meinen Sender näher bin? Ja. Das ist unheimlich. Nö. Finde ich schon. Finde ich schon. Finde ich schon. Jungs, weil ich nur euer Revier komme, müsst ihr mich nicht angreifen. Scheinbar schon. Bin ich aber sehr asozial von euch. Sehr behindert. Oh, ich hab fast die Baum kaputt gemacht. Da stehst du, weil ihr Bienen seid. Die hindert. Ha! Flachwitz. Ja. Oh, wieder eine goldene Seele. Und ein Leuchtblock-Rezept hab ich bekommen. Ja. Guck mal hier, wenn hier jetzt der Balkon ist, hab ich noch... Hast du gehört? Ich hab grad ein Leuchtblock-Rezept bekommen. Ja. Ein Leuchtblock-Rezept. Ein Leuchtblock-Rezept. Ein Leuchtblock-Rezept. Okay, ist gut. Ja. Wenn es so einfach wäre, ne? Aha. Weil selbst Rezept müsstest du es erst mal kochen können, ne? Das stimmt. Aber wenn man sich meistens ein Rezept hält, dann klappt das ja meistens. Oh. Ja. Das ist ja mit dem eigentlich nicht schwer, ne? Kabumm. Du eisiger Zwerg oder Untoter, oder was auch immer, lass mich in Ruhe. Lass mich in... nein, ich lass dich niemals mehr Ruhe. Stell dir vor dir an, was ich dir auf einmal... Auf einmal klopft er an der Tür. Aber warum soll ich dich in Ruhe lassen? Was hab ich dir getan? Oh. Wir kennen uns doch noch nicht einmal. Ich bin der Günther. Ich bin der... Mein Name ist Marcel Davies. Oh Gott. Von 1&1. So, die Räume haben wir schon mal. Ja, Räume, Räume. Hier kann man irgendwas lichtmäßig hinstellen. Da hab ich, glaub ich, wieder ein Rezept am rumliegen. Ich hab eine Idee für eine Lampe. Ja. Wir haben ja diese zwei Leuchtsachen, ne? Ja. Die können wir hier halt in diesen Holzständer hier rein. Zwei übereinander und dann halt dieses Holzständer-Ding da. Dann hab wir hier zwei Lampen. Hört ja grad kaum zu. Ja, das ist schön. Nein. Natürlich. Ich verstehe sogar. Kann man noch mit den Lampen. Wenn's gut aussieht. Vielleicht muss ich noch testen. Und du legst, ich bin immer noch im Rathaus dran. Das ist ja auch das größte Gebäude. So dauert's am längsten. Ich muss das Dach noch machen. Die Frage ist nur, wie hab ich das unten gemacht? Deswegen bin ich noch unten gegangen. Sieht man das? Nee. Das Dach, welche Farbe kriegt das Dach? Ich fahr mir noch fleißig hier. Farmen, farmen, farmen. Farmen, 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 farmen. Tralalala. 110 hab ich erst mal. Beast 210 ist nicht viel. Nee. Wie viele Teile brauchst du noch mal? Ich glaub 21. 38. Ja doch, dann hab ich das schon. Wo steigt die Party? My Dirty Ace Hold. Woher Kumpel, schnapp dir ein Portal im Weltenfonds. Oh Mann ey. Oh, steck die Party in meiner Hose, steck die Party. Oh Gott. Hahaha XD. Was hast du denn jetzt? Greif ich mich an. Greif ich mich nicht an. Oh, ich hab bald kein Graum mehr. Sobald nicht mehr? Ich glaub dieses Urgrau, wie das heißt. Oh, das kann ausgehen. 55 Balken hab ich nur noch. Und das hier, was ich hier abfahre. Bom, ne, Gletscherscherben. Ne, ich mein dieses Grau, was man als Grundstückboden hat. Mhm, ich weiß, was du meinst. Oh. Ah, ich dachte schon. So, wir haben zumindest mal ein Zu-es-Dach. Ein Zu-es-Dach? Hatten wir das nicht schon mal in der Division, wo ich dann gesagt hab, oder in der Zu- und der Tür? Gibt's das Wort überhaupt? Die Frage stellt sich mir erneut, gibt's das Wort überhaupt? Keine Ahnung. Ähm, wo kommt die Treppe runter? In den Keller. Irgendwo muss der Treppeneingang sein. Der runter geht. Hier kommt kein Fenster rein. Nicht überall, muss auch irgendwas reinkommen. Ne, weil, wenn ich jetzt hier, äh, dazu mache. Ich mach dir jetzt erst mal deine Zäune, ne? Aber du kannst auch sogar platzieren. Ne, das kannst du selber machen. Ich will den Keller jetzt mal, so. Ist mir egal, was du willst, ich will es nicht. Hallo. Ach, ich muss hier gar nicht hin. Oh, orange. Auch nicht schlecht, ne? Ich hab orange gefunden. Und grün. Ehh. 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 Glock. Also ganz normale Zäune, ne? Ah. Naja. 21 Stück. 1. Ne, äh, ne davon, bitte, äh. Einmal weniger. Äh, mach ich jetzt richtig. An den normalen Zäunen weniger. Äh, äh, zwei, wie, zwei, zwei Balken brauch ich auf jeden Fall. Oh ne, ich hab zu tief gebaut. Was brauchst du? Doch nicht zu tief gebaut. Was brauchst du? Ähm. Ähm. Oh. Einmal diese Eckpfeiler. Wir haben ja hier im Haus die zwei Ecken. Mhm. Davon brauch ich zwei. Meinst du ein Eckzaun? Zwei Stück von den Eckzaunen? Ja. Gibt ein Zaun, Eckzaun und Zaun. Also brauchst du zwei Eckzäune. Und ansonsten Zaun. Und wie viele Zaun? 21. 21. 21. Treppe gebaut. Yay! Klick, 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 klick. Alles ist klar. Hab ich dir gemacht. Danke sehr. Oh. Erzähl dir einfach mal alles hier. Weil ich da hätte keinen... Wir haben einen kleinen Raum hier, ne? Im Rathaus. Hm? Wir haben jetzt einen kleinen Raum im Rathaus. Wir haben jetzt einen kleinen Raum im Rathaus. Er taunt. Machst du da. Dann hol dir das vor der... ...Haus ab. Alter. Na, hab bauen. Ich mache nur. Du musst es selber hab bauen. Bitte sehr, die Waren wurden erfolgreich ausgeliefert. Danke sehr. Wir ehren sie uns bald wieder. Die Firma dankt. Oh, wie ich das glaubt? Gar nicht. So, was brauche ich denn für eine Spaßfabrik, eine Spaßfabrik? Spassfabrik, eine Spaßfabrik, ja. Ne, was brauche ich für... Wie sollst du ja viel von gemacht? Was? Wie sollst du vier Stück von... Also noch zwei, aber das wusste ich nicht. Toll. Hättest du gar keinen zwei machen müssen. Ja, wusste ich ja nicht. Was muss man wissen? Ah, hier, es gibt eine Club-Truhe. Damit können alle Mitglieder auf die Truhe zugreifen. Geil. Aber die kostet 800 von diesen Erzen. Autsch. 500 goldene Erze und, äh, 10 goldene Seen. Okay. Dann, äh, erst später. In der Tat. Was will Davies? Guck mal, wir sind fertig. Warte. Okay. Ich habe einen Balkon gebaut. Ich muss mir können was anderes. Nice. Nice. Das Problem ist halt, die Treppe, die gefällt mir eigentlich so gar nicht. Entweder mache ich auf der anderen Seite noch so eine Treppe. Da hat man hier halt so einen kleinen Konferenzraum sozusagen. Mhm. Mhm. Also zwei Treppen in einem Haus, der in den Keller führt. Äh, wo war denn das nochmal? Mhm. Nee, stell ab, jetzt ziehe ich das Abenteuer aus. Genau, der Kellereingang ist nur eine Stufe. Ich finde, ein Kellereingang ist meistens immer so ein dünner Gang, ne? Oder? Fünf. Nein. War schon die richtige Farbe. Aber... Ah so, ich konnte da nicht höher. Ich mache, ich baue erstmal nur den Kellereingang. Der Keller selber wird später gebaut. Oh, Wand. Wo konnte ich denn jetzt nochmal den scheiß machen, den ich wollte? Hiiii, du willst scheiß machen. Ach, hier war das. Oder? War das? War das? Oh, äh, das sieht komisch aus. Für den Gärtner brauche ich noch Sonnenlicht. Wo gibt's die denn? Ich weiß nicht. Handwerksmaterial kommt im Verstecken der Zonen und friedvolle Hüge. Ah, wieso habe ich das jetzt weggemacht? Ach man, manchmal. Echt Ewigkeiten müssen geradeausfertig sind. Mhm, man passt ja nicht schlimm. So. Dann parken wir das mal runter. Oh, wieder falsche Farbe. Und das kommt dahin. Und da kommt dann das dahin. Tada. Äh. Ja, ich hatte mal einen Leuchtblock freigeschaltet. Leuchtblock Rezept. Genau. Leuchtweiß. Leuchtweiß. Ja, wenn ich das auf der anderen Seite auch noch packe, äh, mache, dann, äh, geht sogar. Frage, die sich mir stellt, äh, was sind Verstecke? Wie, was sind Verstecke? Ein bisschen Verstecke. Eine fortgeschrittene Berufe, weil ich möchte ja gerne Gärtnerei erschaffen. Da fehlt mir halt noch. Eine Sonnenlichtgröne. Ich gerne mal kurz in die friedvollen Hügel irgendwo, ne? In die friedvollen Hügel. Von was? Von irgendeinem Gebiet. Man weiß es ja. Mach's doch mal schön weiter. Ich kümmere mich dann nachher um die Kanalisation. Ja. Brauchst du noch irgendwas anderes? Halt dieses, äh, Normalfarben da. Also hier, wenn du genau mal guckst, hier frischen Boden benutzt hab. Was wir als, äh, Grundbasis haben für unser Haus. Und das ist das Problem halt, ne? Das kriegt man nicht so einfach weg. Zum Wind. Mhm. Block. Hm. Dann weiß. Und zack.